Hallo Leute, willkommen zurück zu Streets of Rage. Und wir sind wieder mit Blaze unterwegs. Und es ist nicht von Sonic Blaze the Cat gemeint. Sondern Blaze, den Nachnamen habe ich vergessen. Willst du was, Alter? Du kriegst du auf das Geschirr. So macht Baseball viel mehr Spaß. Ach, achso. Okay, und was hat der für eine schöne Waffe? Na ja, das schönste Messerchen. Oh, fies. Aber nicht fies. Und überall, wo es was zu essen gibt, essen wir was. Boah. Sack, Rosalie auch fertig gemacht. Typ mit rosa Haun. Würde mir nicht stehen. Was ist der Teil? Okay. Und noch nicht. Sack, nack. Fies. Es kommt wieder, wenn sie. Mit Peitschen, Lady. Gut, dass sie sich noch gedreht haben. Dass sie sich noch gedreht haben. Jetzt aber. Boss time. Oh mein Gott. Mit der Polizei geht alles so einfach. Das war aber nicht lieb von dir. Ruf ich gleich nochmal die Polizei. Boom. Haha, besiegt. Und? Leben dazu, oder? Ja. Müsste eigentlich. Na gut, Runde 4. Jetzt sind wir auf ein Schiff. Eine Ruhe, Leute. Mehr oder weniger. Oder wie ist denn eine schwarzbillige Hafenmann? Die verlangen das Doppelte. Und geben die Hälfte. Au. Und weiter. Oh, jetzt aufpassen. Das ist hier noch was. Geld. Nuh. Apfel schmeckt gut. Boah. Und oben. Nochmal. Nett. Gehen bitte. Danke. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Ja, schrecklich. Äh. Äh. Haha. Von allen Seiten. Ach, ich muss es auch sagen. Okay, Gelblinge. Lila-Linge. Ja. Dass die alle so oft sterben müssen. Nein, der geht nicht. Essen. Ach. So viel auf einmal, das ist nicht fair. Ach Gott. Ha. Hey, ich wollte dich werfen, Keks. Ich sag nichts. Grün-Linge. Grün-Linge. Boom. Boom. Immer noch nicht. Jetzt aber. Irgendwann muss es auch mal gut sein. Boss-Time. Oh nein, der. Ja. Ach du Polizei. Ich schieße jetzt. Oh. Nein, der. Komm. 1982 hat er sich so schnell. Oh. Ich schieße jetzt nicht so fast. Oh nein, der. Ich schieße jetzt nur mal. Oh nein, der. Ja, das geht gut bis jetzt. Da wohl ist er. Feuer spuck er ja. Jetzt hat er mich. Okay, wo ist er. Jetzt machen wir kurz den Prozessor sehen. Ach, komm mal her. Ich hab doch was. Ich hab meinen kleinen Freund mitgebracht. Polizei. Wow. Tot. Haha. Ausgelacht. Ja. Okay. Runde 5. Jetzt sind wir im Zug oder sowas. Aber erst im nächsten Part. Bis dann, Freunde. Und ciao.